Wie heißt du, Marjorie? Alice? Möchtest du mit mir kommen? Wir gehen zu einem schönen Ort. Und alles wird wieder gut. Komm. Tony! Du musst der Realität ins Auge sehen, Nathan. In der Hölle wird dir nichts vergeben. Halt auf! Tony! Ich fühle, dass ich traurig bin. Vielleicht nur eine Phase. Ich fühle, dass ich traurig bin. Ich fühle, dass ich Untertitelung des ZDF, 2020